Jackson Odell, der Schauspieler stirbt mit 20. Die Nachricht ist ein Schock! Wie jetzt durch die Familie von Jackson Odell bekannt gegeben wurde, verstarb der Schauspieler und Musiker am vergangenen Freitag im Alter von 20. Sein lebläser Körper wurde in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden. Jackson Odell, der Schauspieler stirbt mit 20. Wie durch die Familie durch Jackson Odell bekannt gegeben wurde, verstarb der 20-Jährige am vergangenen Freitag in Los Angeles. So heißt es durch seine Angehörigen bei Twitter, er wird immer ein strahlendes Licht und eine brillante, liebevolle und talentierte Seele sein. Er hatte so viel mehr zu teilen. Unsere Familie wird diese Wahrheit immer weiter tragen. Unser Wunsch ist, dass der Rest der Welt, der ihn kannte und liebte, das genauso tut. Jackson Odell, spielte in private Praktise sowie Modern Family. Bekannt wurde Jackson Odell durch kleine Rollen in private Praktise sowie Modern Family. Was die Todesursache für sein frühes Ableben ist, ist noch nicht bekannt. Auch wann eine Trauerfeier sattfinden soll, wurde durch die Familie noch nicht veröffentlicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017